Für das Auge unsichtbar, aber für unser Leben unverzichtbar. Wie selbstverständlich umgibt sie uns, doch nur selten nehmen wir sie wahr. Luft. Sie umgibt uns an Orten, an denen wir den Moment genießen. Dort, wo wir unser Bestes geben, wo wir uns sicher fühlen oder unsere Gesundheit in die Hände anderer legen. Unsere Welt wird komplexer, anspruchsvoller. Unser Leben wird digitaler. Wir brauchen Lösungen für neue Herausforderungen. Wie schaffen wir es in einer dynamischen Welt, in der sich täglich neue Horizonte erschließen, in Zukunftstechnologien zu vertrauen und unsere Augen nicht zu verschließen vor Dingen, die für das bloße Auge unsichtbar sind. Indem wir bei Freudenberg Filtration Technologies genauer hinschauen. Wir analysieren, bewerten, beraten und finden gemeinsam Lösungen, die unseren Kunden einen klaren Mehrwert bieten. Innovationen, die unsere Produkte und Services effizienter machen. Das ist unser Beitrag. Unser Beitrag für reine, saubere Luft. Innovationen voranzutreiben, Menschen zu schützen, Prozesse zu optimieren und die weltweite Lebensqualität zu verbessern. Das ist unser Anspruch. Freudenberg. Innovating together. Innovating for a pure life. Untertitelung des ZDF, 2020